Na ja, das Entstehen so eines Songs ist ja sowieso immer wieder ein Wunder, weil man weiß ja nie genau, wo die Ideen eigentlich herkommen und warum gerade so und nicht anders. Man kann das eigentlich nur dankbar annehmen und damit arbeiten. Das ist wirklich oft zum Haare raufen, wenn das ihr an ein und derselben Stelle immer wieder spießt. Wenn dann aber natürlich mal der Song fertig ist und wirklich von vorn bis hinten passt, das ist schon ein unglaublich geiles Gefühl. Ja, mich beschäftigt immer wieder das Gebiet Verwandlung, Neuanfang, Aufbruch. Wenn man so vor lauter Vorfreude so ein Kribbeln im Bauch hat, so eine Aufbruchstimmung da ist. Wenn der Boden wirklich voll gespannt ist und so viel Energie da ist, die sich noch nicht entladen hat, das finde ich wirklich wahnsinnig spannend. Ich will nicht lamentieren, mich täglich der Pflicht. Ja, wir haben in der letzten Zeit mehrere Singles released, die eigentlich im ganzen deutschsprachigen Raum sehr viel im Radio gespielt wurden. Das war wirklich sehr erfreulich. Die letzten zwei Singles heißen Schwereloses Licht und Es tut mir leid für dich. Wir sind sowohl in Deutschland als auch in Österreich von wirklich sehr vielen Radiosenden gespielt worden, auch von den ganz großen Leitmedien. Mit der Produktion Du machst mich reich waren wir im Fernsehen, haben wir zwei Live-Auftritte gehabt und haben uns natürlich durch jede Menge Auftritte mittlerweile schon auch eine schöne Fanbase erspielt. Und es ist immer wieder schön, wenn man mit Liedern, mit Musik, mit der eigenen Musik die Leute berühren kann. Ja, meine Band ist natürlich die beste Band der Welt, das ist eh klar. Wir haben uns jetzt in den letzten Jahren durch die vielen Auftritte wirklich super zusammengespielt und funktioniert. Wir trainieren einfach hervorragend miteinander, sowohl auf der Bühne als auch abseits davon, was ja auch sehr wichtig ist. Wenn es neue Songs gibt, die bringe natürlich ich mit, oft schon mit ganz präzisen Klangvorstellungen. Manchmal bleibt aber auch einiges offen und die Jungs bringen sich immer wieder ein, jeder auf seinem Instrument und so entstehen halt dann unsere Engagements. Und wir haben jetzt mittlerweile wirklich schon so einen Blick aufs Ganze, aufs Gesamte, auf den Stil und dadurch, denke ich, einen richtigen eigenständigen Band-Sound schon entwickelt. Wann geht's los? Immer gemeinsam, doch allein, immer bereit, bereit zu sein. Wann geht's los? Wann geht's los? Ja, natürlich kann man die Songs auch kaufen. Da würde ich gerne zuerst auf meine Homepage verweisen, www.hannestrobetz.com. Da gibt's einen Shop mit allen Infos und Links, aber man kann die Songs natürlich auch direkt auf den eingängigen Musikportalen wie iTunes oder Amazon selber downloaden. Wir haben eben erst ein Fotoshooting gemacht, hoch über den Dächern von Wien. Das war echt eine super Location und wir sind schon sehr gespannt auf das Material. Dann machen wir gerade einige Videoproduktionen, mehrere Clips für euch, damit ihr uns auch sehen und nicht nur hören könnt, weil die Musik ja auch zum Schauen da ist. Dann werden wir im Herbst unser neues Programm auf der Bühne präsentieren mit jeder Menge neuer Songs. Und mit dem Programm wollen wir dann natürlich auch auf Tour gehen. Und live but not least sind wir auch schon in der Planung für die nächste Single-Produktion. Das soll dann so im Frühjahr sein, dass die erscheint. Also ihr seht, wir sind immer fleißig am Arbeiten. Wir können schon richtig gespannt sein auf das, was da kommt. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns. Euer Hannes Tropez. Wir sind hier, wir sind jetzt, wir sind ganz und sind ganz im Blut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020